hallo flyer wieder jetzt wer jetzt schlusser link to the past hochladen ich werde ihn durchspielen ich habe diesen gtv und ruby und mein herz voll gemacht das waren sie erst bis zum viel ankam und mich getroffen hat und hat sich als assi dinge ein scheiß laser versuchen jetzt mal hinten zu gehen lang zu kommen ja ja immer am drauf warum springt er gegen die wand das darf doch nicht wahr sein es läuft noch mal dahin ja ihr schafft hier ist der schlüssel eine postruhe ich weiß hier brauche ich meinen schalter aktivieren hier brauchen wir den schalter also kommen wir hin ich weiß dass der schlüssel und zweck ist erst mal nach oben gehen und gucken wie es weitergeht hier ich weiß nicht er hört es er hört es warum tun die das warum spiel warum tust du das warum tut das spiel das hier ist so hinterher in die falle zu locken ja ja komm ich noch nicht weiter darf doch nicht das darf doch alles nicht wahr sein hier ach da ist er da scheitern das darf doch nicht wahr das darf doch nicht wahr ich nenne sie jedenfalls bombenwürmer weil sie bomben werfen wo wir gehen mal hier lang und hier auch wieder einen großen schlüssel schnitt der tür schnitt der schloss mit einem großen schlüssel lasst mich in ruhe lasst mich in ruhe es hat mich nicht gekriegt ich bin froh es hat mich nicht gekriegt naja ein kleiner schlüssel herzter jahnt ich bin super ich bin gut und ich hab die karte und einen kleinen schlüssel was doof war zu aktivieren ich brauche ich hab's versaut scheiße das hätte nicht sein müssen den zu aktivieren den habe ich jetzt verschwindet dafür muss man alle applaudieren ich hab's nur vorhin so gedacht da bloß nicht schlüssel einsetzen und ich tue es tue in schlüssel einsetzen los für die macht deinen job geh weiter hier bin ich falsch tsch war früher voraus zu sehen ich geh ja nur über den falschen weg irgendwo brauchst du doch einen kleinen schlüssel ach hier dann geht's weiter also hier war ich schon hier waren wir schon wo waren sie die scheiß abgeschlossene tür die ich vorhin gesehen habe ich werde langsam sauer ja 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 wunderbar wunderbar festival war ja das wäre die verfickten tempel ich hasse ihn einfach er trägt neben ohne ende wo wo ja guck mal auf die karte da findet ihr euch ein was nein nein aber jetzt mal ein screenshot übermachen hier das ist doch hm dumm zeig ich zu wenig an hm keine ahnung wieso mach ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie dauert der Scheiss hier? Ich mach mal kurz einen Cut.